Und findest einfach keine, keinen richtigen, keinen richtigen Einsprung hier. Das muss ich mir noch stark überlegen, ob ich nach Färber noch weitere Guides mache, wirklich. Ich habe zwar Bock auf die anderen, aber derzeit ist es halt einfach, boah, abwarten immer die ganze Zeit. Einfach die ganze Zeit verlieren, verlieren, verlieren. Noch nicht mal, ist ja nicht mal mehr, dass man knapp, knapp verliert. Wenn man knapp verliert, sage ich gar nichts, aber wenn man nicht mal mehr einen Punkt eingenommen bekommt, nicht mal mehr einen Checkpoint mit der Fracht bekommt, da frage ich mich dann halt, warum? Dann verliert man nämlich immer nur Haus hoch. Oh, Symmetra im Angriff, sehr gut. Also wirklich, also ich finde, ich bin, ich sage nichts mehr gegen Symmetra im Angriff. Ich sage dann echt nichts mehr gegen. Dazu ist sie einfach echt geil gewesen. Da werde ich bestimmt nicht mehr meckern. Ich meine, ich habe nie gemeckert. Das Einzige, wir haben halt wieder keinen Healer. Wir haben zwei Genjis, was uns bestimmt sehr weiterhilft. Weil jeder braucht zwei Genjis. Ein Reinhardt, null Healer. Ja, was soll ich mit diesen Teams? Da mache ich lieber Ranked Games. Da werden die Teams wenigstens schön eingeteilt. Wirklich, da, da werden sie dann wenigstens schön eingeteilt. Als wenn du hier in diesen, diesen Zwischenmatches bist. Oder diese einfach nur Spaßmatches, wo keiner irgendwie irgendetwas ernst nimmt. Keiner irgendwie auch nur annähernd gewinnen will. Und deswegen zwei Genjis wählt und, ja, weiß ich nicht. Wenn dir nicht gleich was Besonderes passiert, dann ist das, ja, vorbei. Hier ist nichts zum Schützen. Okay, ich gehe mal wieder Heilung, weil wir haben ja keinen. Ziehen wir halt unser eigenes Ding durch. Okay, ich gehe mal wieder. So, ich brauche erstmal ein bisschen Heilung. So, ich brauche erstmal wieder Heilung. Das heißt, zurücklaufen. Ich weiß nicht, wo hier Heilung ist. Natürlich. Ich weiß nicht, wie wir überhaupt so weit gekommen sind, ehrlich gesagt. Warum kann er durch das Schild fliegen? Nennen wir uns jetzt Thunderbird? Den habe ich gar nicht bemerkt. Den habe ich gar nicht bemerkt. Ja, Heilung ist wieder im Minimumbereich. Ja, ist mir egal. Ganz ehrlich, ist mir egal. Irgendwann ist es mir egal. Ich werde im Ulti unterbrochen. 0% Ulti. Hanzo wird im Ulti unterbrochen. 80% Ulti. Reaper wird im Ulti unterbrochen. 60% Ulti. Warum ungerecht? Na klar. Ich habe mir nichts anderes erwartet. Natürlich auch immer sofort One-Hit. Ich werde nicht getroffen und kann darauf reagieren. Ich bin One-Hit. Ich bin stolz drauf. Ich bin stolz drauf, ein stolzes Mitglied der One-Hit-Truppe zu sein. Das glaube ich weniger. Ich bin stolz drauf. Entschuldigung, ich war nicht im Bild. Ich war nicht im Bild. Ich weiß nicht wie, aber ja. Ich kann mir nur erklären, dass das andere Team noch schlechter war als unser Team. Ohne Heiler, Alter. Ohne Heiler ist wirklich bitter. Ohne Heiler ist wirklich bitter, muss ich sagen. Jetzt gibt es eine Abkühlung. Wie sie einfach alleine das alles aufräumt. Ist schon. Ich weiß einfach nicht, was los ist. Ach weißt du. Manchmal frage ich mich echt, was los ist. Ach ja. Hey, wir sind Level Up. 24. Ich weiß nicht, wie wir gewonnen haben ohne Heiler. Aber passt schon. Ist schon. Ist schon in Ordnung. Muss man nicht wissen. Keine Ahnung. Die hatten einen Heiler, oder? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich beschütze die Unschuldigen. Ja. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob die einen Heiler hatten. So, können wir loslegen? Chipp, 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 chipp. Beziehen Sie Verteidigungsstellung. Und er schreit nach Tanks. Ja, ich hätte nach Heiler geschrien. Mit Heiler ist es doch ein bisschen angenehmer. So ein Lucio oder so eine Mercy da im Hintergrund ist das doch schon ein bisschen angenehmer zu kämpfen. Wobei Mercy kriege ich ja sowieso keine Heilung und Lucio da auch nicht. Weil sobald ich fliege, bin ich aus der Map raus, nimm keine Punkte ein, nimm nichts ein. Echt, hier? Am Tempel des Anubis? Ist ja mal interessant. Was? Siehste, ich bin viel schneller als du. Oh, ne Wand. Ne. Soll ich? Ich brauche nicht klettern. Siehst du? Ich kann fliegen. Unsichtbar. Unsichtbar. Niemand sieht uns hier. Kuckuck. Haha. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Angreifer. Näher. Ha, ha. Mist, die hat uns doch gedrückt. Ich dachte, wenn wir da hocken, sieht sie uns nicht. Verdammt. Mal sehen. Ah, okay. Man sieht uns ganz leicht. Okay, schade. Ich dachte, man sieht uns nicht. Ich dachte, wir sind nicht mehr in the build. Ich übe doch noch. Ich bin doch erst Level 124. Da ist man doch nicht so weit. WTF. Was denn? Damn you, Ball. Was? Kann er auch fliegen oder ist er eher... Kommt in den Punkt. Doppelkill. Fuck. Mann. Wie hat sich das überhaupt mit vier überlebt, Alter? Oder so. Und dann mich one-hitten, ey. Das ist unfassbar. Nein. Äh, doch. Klar. Entschuldigung. War wieder gegen an, ne? Der Typ. Ich geh wieder hier hoch. Alter, wo ist denn hier die... Ich... Wie... Äh. Hier krieg ich einen Vogel von. Hast du wohl nicht damit gerechnet, dass ich dich nicht bemerke, wa? Ich hab den überhaupt nicht gecheckt. Mir stirbt keiner weg. Ich hab den überhaupt nicht gecheckt. Sie haben sich wieder benächtet. Nein. Die Schlingel. Alter, wie... Wie... Wie kann man das? Wie kann man so spielen? Wirklich? Wie kann man das? Dass du schwebst, du hüpfst, du fliegst und... Ja. Im Endeffekt... Ja. Ich kann nicht ein Scharfschütze mit einem Schuss einfach mal so... Oh. Äh. Huh. Einfach mal so erledigen. Und das... Und das... Zacki, Zacki. Ach, das ist ja sowieso wieder hier sinnlos, ey. Da hinten ist ein Scharfschütze. Weißt du, als Scharfschütze denn da hinten ist halt... Ich mag nicht mehr. Wirklich. Ich will nicht mehr ständig das Opfer sein. Ich bin Daueropfer immer. Ich weiß nicht, warum. Das passiert mir mit keinem anderen Helden. Ja, danke. Kann... Kann man aufhören, Genji ständig zu leben? Wie viele Kills hat er denn bis jetzt? 536? Alleine nur an mich? Weil der schon steht. Den hab ich bis jetzt noch nicht tot gesehen. Also ich glaub nicht, dass der tot ist. Ich glaub nicht, dass der sterben kann. Ich bin wieder ein Scharfschütze, ey. Ja, ich brauch erst mal wieder Leben. Wir haben ja kein. Gott sei Dank. Oh, nee. Schon wieder, ey. Ich bin wieder, ey. Ich seh' sie nicht. Ich weiß nicht, wo der Scharfschütze ist. Ich weiß nicht, wo der Scharfschütze ist. Oder nicht. Fuck! Gott, warum kann man... Warum werde ich immer gewonnen hätte? Ich weiß nicht, wie man als Scharfschütze so gut spielen kann. Ich verstehe es nicht. Das ist für mich ein Bot. Weil ich kann nicht so gut... Ich hochziehe und genau gehittet. Ey, ich war drinnen. Ich will mir Heilung holen irgendwoher. Ich will mir Heilung holen irgendwoher. Ja. Aber Hanzo hat uns auch noch getötet. Aber wir haben ihn auch getötet. Wir warten mal ganz kurz hier ab. Hey, wir haben Hanzo getötet. Auch wenn ich nicht weiß, warum wir nicht mehr getötet haben. Oh, ich weiß nicht, warum wir nicht mehr getötet haben. Ich weiß es nicht. Ich wollte mal ein Ulti machen. Ja, das ist meine Wahrnehmung, ist meine Schwäche. Aua. Ich mach mal auf. Endlich haben wir jetzt mal einen Heiler, der hier ein bisschen heilt. Wobei. Naja, wie man sieht, ich habe... Ich habe... Ich dachte, ich könnte auch höher fliegen, aber da war scheinbar Levelende. Als ich mich nach oben katapultiert habe, war da gerade Ende. Na, Reoma, wip wap. Egal, wir haben sie ein bisschen mit erledigt. Auch wenn nicht wirklich gut, aber... Ich glaube, wir haben gewonnen. Na, Gott sei Dank. Okay, wir hatten zwei Maze, Alter. Echt? Warum? Du hast doch nicht etwa gewartet, bis alle tot sind, oder? Du Schlingel. Ja, aber so wirklich sinnvoll. Camper. Ja, was sollen wir denn machen? Weglaufen, oder was? Gut gemacht, Symmetra. Wieso Camper? Ich meine, was sollen wir denn machen in der Zeit? Sollen wir nicht campen, wenn wir einen Punkt beschützen? Verstehe ich nicht. Sollen wir weglaufen dann? Ja, stimmt, wir hätten vom Punkt weglaufen sollen. Haben wir ja sogar nachher noch gemacht. Ich habe nur elf getötet. Soll ich nicht so gut.